Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinsten DULCH Video. Diesmal gibt es etwas, was ich mir in der Timolia Lobby kaufen werde. Denn ihr seht vielleicht rechts, ich habe 36.000 Pixel. Und ich hätte eigentlich schon fast 50.000 bestimmt, wenn ich dieses Jahr aktiv den Adventskalender gespielt hätte. Habe ich aber nicht, da ich ziemlich viel Stress hatte mit Klausuren und so. Und ich jetzt auch keine Lust habe, das alles nachzuholen. Naja, genau. Ich werde mir nämlich jetzt in der Timolia Lobby, dem Pixel Shop, den Triple Jump kaufen. Ja, das wollte ich schon immer machen. Habe ich jetzt die ganze Zeit drauf gespart. Und ich sage, wir machen das einfach mal. Genau. Ich weiß nicht, wo ich draufdrücke muss, ich glaube hier. Ja, okay. Wie ihr seht, jetzt habe ich noch 200 Pixel. Aber, habe ich keins auch einen Triple Jump machen. Genau. Leider ist meine TAS hier so ein bisschen quietschig. Trotzdem, werde ich jetzt nochmal da oben einen Triple Jump machen. Genau, ich habe ja schon den normalen, ja, Jump Boost 3 Effekt. Aber jetzt habe ich halt noch einen Triple Jump dazu. Ich mache mal einfach mal alles drei zusammen. Also erst das hier, dann Triple Jump. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Darauf habe ich jetzt auch die ganze Zeit gespart. Genau. Das sollte auch nur so ein kleines Zwischendurch-Video sein, indem ich euch das mal zeige. Also ist eigentlich total random. Es gibt aber noch ein paar wichtige Infos. Einmal, das ist jetzt nicht so wichtig, ich bin krank. Hört ihr vielleicht auch, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das legt sich die nächsten Tage wieder. Und dann noch, ich habe ja in der letzten Winterleben-Folge gesagt, dass es nicht die letzte Folge sein wird. Es wird wahrscheinlich doch die letzte Folge sein. Aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm, weil wir unter dem hat ihn hier heute geschaut. Naja, deswegen war es jetzt die letzte Folge. Ich hatte letztes Jahr zwei Winterleben-Folgen, dieses Jahr habe ich drei gemacht. Also da war eine gewissere Steigerung drin. Ich wollte zwar ein paar mehr machen, aber im Endeffekt bin ich da nicht zugekommen, weil ich habe am Anfang auch ziemlich viel Winterleben gespielt. Danach hat es immer wieder abgelassen. Aber naja, genau. Dann werde ich noch die Tage ein Castles-Video machen. Also ich werde ein Video zu dem neuen Spielmodus machen. Das ist auch schon längst überflüssig. Ich habe das so ein bisschen aufgeschoben, aber ich wollte eigentlich schon vor zwei Monaten eins machen. Also als der Spielmodus in der Beta war. Aber naja, ich mache auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage ein Video zu Castles. Und darauf könnt ihr euch schon freuen. Genau. Und ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk bekommen, was ja ziemlich essentiell für den YouTube-Kanal ist. Ich werde jetzt noch nicht verraten, was. Aber ich denke, ihr werdet es in einem der nächsten Videos sehen. Wird noch ein bisschen dauern, aber mal schauen. Genau. Wie gesagt, macht euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt noch ein bisschen durch die Lobby jumpen. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beep.